Radio Speed Plus. Wir sind die mit dem Plus. Der erste FC Ninho ist das Modellprojekt des ersten FC Nürnberg zur gesundheitsfördernden Bewegung an Grundschulen. Seit dem Frühjahr 2017 wird das Projekt bereits an mehreren Nürnberger Grundschulen praktiziert. Damit wollen die Lehrer ihre Schüler vor allem wieder zu mehr Bewegung motivieren. Wir hören mal rein und lauschen, wie sich der erste FC Ninho schlägt. Am 10. Dezember haben Kinder der ersten FC Ninho Bismarck Grundschule zahlreiche Club-Lieder, aber auch klassische Weihnachtstexte auf der Bühne an der Frauenkirche gesungen. Musik Dutzende Besucher versammelten sich auf dem Christkindlesmarkt und hörten aufmerksam dem Chor zu. Musik 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 Das Publikum spendet zum Schluss einen Riesenapplaus an den ersten FC Ninho. Musik Immerhin läuft es beim Club in der Kinderabteilung besser als auf dem Rasen. Musik 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 Musik